Hey Leute, heute geht's mal um ein etwas anderes Thema. Erstmal vorab, ich möchte, dass ihr euch eine eigene Meinung von diesem Thema macht. Lasst euch nicht beeinflussen von den Dislikes unter diesem Video. Es geht um ein bisschen brisantes, beziehungsweise aktuelles Thema, weshalb ich auch mit vielen Dislikes rechne, aber das sind alles nur Hater. Lasst euch davon nicht beeinflussen und macht euch bitte erstmal eine eigene Meinung davon. Denn heute geht's um das Thema Unge und Unge war ja in den letzten paar Tagen sehr populär auf YouTube, unter anderem durch seine D-D-D-Ist-Gift-Videos, wie zum Beispiel Milch ist Gift oder auch zuletzt Nebel ist Gift. Das ist eine ganz bestimmte Masche, die für ihn auch gerade sehr gut funktioniert. Und ich kann euch nur eins sagen, er möchte euch einfach nur manipulieren und euch in den Veganismus ziehen. Das wollen viele nicht wahrhaben, weil er natürlich für viele Leute auch eine Vorbildfunktion ist. Aber Leute, lasst euch von diesem Menschen nicht systematisch manipulieren, sondern macht euch eine eigene Meinung von der Welt, recherchiert selbst und glaubt nicht alles, was dieser Typ sagt. Ja, er ist eine Maschine, er ist geschaffen von Organisationen wie PETA oder dem Tierschutzbund, einfach um diese Message zu verbreiten. Er wurde erschaffen, um euch von dem Veganismus zu überzeugen. Das ist sein einziges Ziel, darauf wurde er programmiert. Ich habe sein neuestes Video mal analysiert und dabei ist mir aufgefallen, dass er viele Schnitte macht, er hat kaum Emotionen im Gesicht und das schließt wahrscheinlich auf starke Drogen, die ihm zugeführt werden. Er guckt auch oft hinter die Kamera und meiner Meinung nach, also ihr sollt euch natürlich eine eigene Meinung machen, aber meiner Meinung nach weist das auf Unterdrückung oder sogar ein mögliches Kidnapping hin. Videos wie Nebel ist Gift sind einfach nur zur Provokation da. Das ist von PETA durchgeplant und es ist einfach nur zur Promotion da. Und wie man sieht, funktioniert das auch sehr gut, denn seine letzten Videos landeten fast immer in den Trends. Und sein Ziel dabei ist es, diese Message des Veganismus einfach unterläufig zu verbreiten. Leute, lasst euch nicht manipulieren. Unge ist bei den Leuten ganz oben dabei, lasst euch nichts vorschreiben, glaubt seine Lügen nicht. Ich möchte, dass ihr euch eine eigene Meinung dazu bildet. Ich habe euch auch ein paar Links und Beweise in die Videobeschreibung geparkt. Guckt da also unbedingt vorbei und macht euch, wie gesagt, eine eigene Meinung, eine eigene Vision von diesem Thema. Ich denke, die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass er von einer Organisation festgehalten wird und unterdrückt wird und einfach diese Nachricht des Veganismus verbreiten muss. Leute, Unge ist Gift. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wird mich riesig unterstützen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder Tag. Und bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.